Ja, in diesem Maße engagiere ich mich, weil ich, glaube ich, über all meine Jahre des beruflichen Schaffens gemerkt habe, dass man sich beteiligen muss in der Gesellschaft, dass es darauf ankommt, seine Stimme auch zu erheben, seine Meinung zu vertreten. Und in der jüngeren Vergangenheit, ich glaube, das ist auch etwas sehr offenkundiges, ist es wichtiger denn je. Die Industrie- und Handelskammer zu Schwerin, neben den beiden anderen Schwesterkammern in Mecklenburg-Vorpommern, vertreten ja immerhin 80.000 Unternehmen. Und wenn man dann auf der Landesebene etwas erreichen will, dann ist die Bündelung dieser Kraft, glaube ich, eine ganz wichtige und ein entscheidendes Argument. Es reicht eben nicht, wenn nur ein, zwei Menschen eben ihre Stimme erheben und sagen, da habe ich vielleicht eine etwas andere Meinung dazu oder da brauchen wir veränderte Rahmenbedingungen, sondern ich glaube, die Gemeinschaft aller derer, die sich engagieren, ist ganz wichtig und entwickelt dann auch die entsprechende Wirkung auch gegenüber, beispielsweise wiederum politisch Verantwortlichen. Ich bin IHK. Du bist IHK. Wir sind IHK. Ich bin 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 IHK.